Peppa-Wutz-Geschichten Lasst uns springen! Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da! Hurra! Bitte einsteigen, Madame! Mama Wutz hat versehentlich ein Spezial-Taxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine. Wie romantisch. Oh, kitzlig! Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn sie so freundlich wären. Peppa und Schorsch werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Ah, diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Nemo! Oh, das hier gab es in Venedig nicht. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Oh, darf ich davon helfen? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Oh, ähm, okay, aber nicht zu viele. Peppa und Schorsch lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte! Hallo, frohen Disco-Valentinstag allerseits! Wee! Kommt schon! Willkommen zur Valentinstags-Disco! Das erinnert mich an damals in Paris, Opa Butz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Butz genießen die Fahrt in der Disco-Limo am allermeisten. Papa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits. Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh. Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es los. Ups, ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel kann der gelbe Bus Musik abspielen. Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Und das. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Gönnen wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir. Ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Ähm, Straße. Nein. Ähm, Sonne? Nein. Einen supergroßen Lasswagen. Oh. Hallo, Herr Rundherum. Hallo. Peppers Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Äh. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge. Ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte. Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß. Machen wir die Pizzas herzförmig. Jetzt werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Genau wie in Roma. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Oh. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Hm. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Oh. Spaghetti und Schokoladenkuchen. Hm. 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 Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Haha. Hm. Oh. Jetzt sind sie wirklich speziell. Oh. Oh, Schorsch. Hm. Oh. Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh. Schokoladenkuchen. Mein Lieblingsessen. Haha. Dinosaurier. Ein Spaghetti-Dinosaurier. Danke, Peppa und Schorsch. Haha. Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Papa. Hey, hey. Heute ist Valentinstag. Papa Wutz liebt den Valentinstag. Fantastisch. Wir brauchen viel Dekoration. Für Mama Wutz große Überraschung. Welche große Überraschung? Welche große Überraschung? Wir bereiten Mama Wutz eine große Valentinstagsüberraschung, wenn sie nachher nach Hause kommt. Valentinst. Wir fangen sofort damit an. Hurra. Peppa und Schorsch macht das Basteln der Valentinstagsdekorationen Spaß. Und Papa Wutz hat Spaß dabei, die Dekorationen aufzuhängen. Papa Wutz ist aber nicht vorsichtig. Und ta-da. Ta-da. Perfekt. Nun, als nächstes. Oh. Vielleicht sollten wir aufräumen. Oh. Machen wir zuerst Valentinstagspannkuchen. Oh. Oh. Peppa, Schorsch und Papa Wutz machen leckeres Kuchen. Leckere, herzförmige Pfannkuchen. Ha. Jetzt kommt der lustige Teil. Das Quirlen. Das macht Spaß. Peppa macht das Quirlen Spaß. Es macht ihr einen Riesenspaß. Oh je. Oh je. Vorsicht. Wenn ihr zu viel kleckert, bleibt zu wenig Teig über für die. Valentinstagspannkuchen. Haha. Wundervoll. Jetzt sollten wir aber aufräumen. Was hältst du von einer Valentinskarte, Papa? Oh ja. Papa Wutz überlegt, ob er eine Karte schreiben oder aufräumen soll. Schnell jetzt. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz mit der Valentinskarte. Aber Mama Wutz ist schon fast zu Hause. Und fertig. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir noch schnell aufräumen, bevor. Was ist denn hier los? Schönen Valentinstag. Hier ist eine Karte für dich. Und Pfannkuchen. Was für eine nette Überraschung. Vielen Dank euch allen. Nach unserer Arbeit herrscht hier Unordnung. Aber unsere letzte Valentinsüberraschung ist, dass wir aufräumen. Nicht wahr? Mama Wutz liebt ihre Valentinsüberraschung. Peppa, Schorsch und Papa Wutz haben sie gerne überrascht und danach auch gerne aufgeräumt. Wow. Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gut gemacht. Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow. Einen Preis? Piep. Das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau, hau, hau. Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte. Hau, 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 hau. Noch mehr Spielmarken. Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin so was wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammenspielen können? Ich weiß, ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja. Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja. Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpump geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra. Gehen wir. Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Ja, klar. Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra. Ein Bleistift. Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Hallo. Hi. Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mömmel. Wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luft... Wow. 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 Blum. Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mömmel. Bums. 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 Oh, ihr habt mich gefunden. Seit Dienstagfrüh versuche ich schon hier rauszufinden. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mömmel. Oh. Jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Hm. Hm. Wow. Oh. Ähm. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Hm. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's. Oh. Lass sie uns aufteilen. Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grün kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh. Oh. Und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Hurra. Hi. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh. Dankeschön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Boah. Wens. Wens. Oh. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Ah. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise. Zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften. Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Peppa gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Ups! Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Nickerbocker Glory. Ein Nickerbocker Glory? Ein Nickerbocker? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringe und Sahne. Peppa und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Hm, ein Regenbogeneis. Regenbogen. Peppa und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere. Braun für Schokolade. Gelb für Banane. Manne. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Peppa und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze. Und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch... Vanille. Vanille. Mein Lieblingseis. Peppa und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanille-Eis haben sie immer noch am liebsten. Ein Super-Strike für einen Super-Bowler. Heute gibt Luzi locker eine Bowling-Party. Ich will auch einen Super-Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeigt bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Tschüss. Tschüss. Perfekt. Das ist eure Bowling-Bahn. Oh. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowling-Kugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay. Oh ja. Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Meine Güte. Vermischt jemand seine Kugel? Oh nein. Ich versuche es als nächstes. Wow. Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowling-Bahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Hm. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hä-hä. Hä-hä. Oh. Hurra. Yay. Versuch du es jetzt, Pedro. Okay. Aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mithilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Hurra. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück. Hä-hä. Seht genau hin. Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Superbowler. Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Luzi Locke spielt gern Bowling. Ja. Pepper und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Mäh. Hallo, Pepper. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Hurra. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Pepper überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Whee! Gratulation. Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppers und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben sie denn so lange? Ich hoffe, sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Schwenk. Pepper und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Pepper und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es ein Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh! Ach, hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort. Hier, bitte sehr. Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke! Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Pepper, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Oh! Wow! Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. wieumen skirtschmaus의 magische Geräusche. Juhu! Woohoo! Wuuu! Äh, weee! Äh! Äh! Uh! Tschu, tschu, tschu. Wow. Es ist morgen und wir sind nicht mehr im Weltall. Weltall? Wie meinst du das? Äh, ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Pepper hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Pepper und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Pepper und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Pepper. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Pepper freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Pepper. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Hurra! Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Uh, das sieht aus wie eine Schlammschütze. Wie, aber spring nicht hinein, Pepper. Und zum dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Pui, ganz köstlich. Meine ist eine Käse-Schokoladentafel. Piep, yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Huh, fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahel, Pepper. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig. Hurra. Oh. Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pepper. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Hurra. Sehr lecker. Ganz zu fiebel, fabelhaft, fieb. Stimmt etwas nicht, Pepper? Nein. Mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war. Wie eine Schlampfütze. Da hast du Glück. Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... Ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlampfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Hurra. Pepper liebt Schlampfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Hurra. Oh. Aha. Da ist einer. Hurra. Pepper und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh. Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Ha, ha, ha. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Hm. Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll. Aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Hm. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach nochmal die Runde. Wihihi. Was ist das, Schorsch? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus. Schorsch liebt das Spielzeugparkhaus. Au, au, au. Baby Alexander mag Autos sehr. Aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein. Auf, auf, auf. Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein. Wui. Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passen für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rasse? Nein. Hup, hup. Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, Schorsch? Nein. Oh. Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mimmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Hui. Hallo allerseits. Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Hui. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo Frau Mimmel. Ich hätte ganz gerne alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Mäh. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeiten-Maschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Hm, Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeer-Pferdeschwanz. Ich bin dran. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogen-Lutscher-Maschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Hm. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Oh. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So, fruchtig. Guck mal, eine sich drehende Schüssel. Haha, eine Süßigkeiten-Zahnseiten-Maschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow. Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeiten-Maschine. Und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Es ist eine Schokoladen-Münze. Schokolade. Hurra. Pepper liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Pepper und ihre Familie sind heute zu einer Flugschau gegangen. Frau Mümmel ist mit einem Heißluftballon unterwegs. In der Luft sind überall Heißluftballons. Wow. So viele Heißluftballons. Eine Wolke. Ein Brokkoli. Ein Clown. Ein... Dinesaurier. Ja, gut erkannt, Schorsch. Was ist das? Das ist ein Doppeldecker, Pepper. Und was macht er da? Manche Flugzeuge können Nachrichten in den Himmel schreiben. Oder Bilder malen. Der Doppeldecker hat ein Bild von Pepper in den Himmel gemalt. Das bin ich. Hallo allerseits. Hallo, Dr. Rumpster. Danke für das Bild im Himmel. Das hab ich gern gemacht. Weiter geht. Was ist das? Ist das auch ein Heißluftballon? Das ist ein Luftschiff. Es schwebt wie ein Ballon, aber es hat Propeller. Und damit fliegt es wie ein Flugzeug. Pepper und Schorsch finden das Luftschiff sehr aufregend. Habt ihr Lust auf eine Fahrt? Luft, Luftschiff. Das Luftschiff hebt ab und steigt hoch in die Luft. Guckt nur, wir hoch, wir fliegen. Achtung, eine Ansage der Pilotin. Wenn ihr rausguckt, seht ihr Vögel. Hallo Vögel. Eine Wolke. Hallo Wolke. Oh, und Dr. Hamster. Hallo nochmal. Da sind so viele Knöpfe. Oh ja, es ist sehr kompliziert, so ein Luftschiff zu steuern. Also drückt bitte bloß nicht auf einen Knopf. Mit dem Steuerhorn kann ich das Luftschiff in alle Richtungen lenken. Rauf, runter, nach rechts und nach links. Wui. Und über Funk können wir Ansagen machen, die alle Besucher der Flugschau hören können. Uh, darf ich eine Bahnsage machen? Ich habe eine ganz wichtige Zahnsage zu machen. Na klar. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Ich bin in einem Luftschiff, das irgendwie wie ein Ballon ist, aber auch wie ein Flugzeug. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Flugschau. Oh je, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Pilotenmütze für Peppa und Schausch. Ich bin Pilotin Peppa. Piloten. Peppa liebt die Flugschau. Alle lieben die Flugschau. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die rockenden Gazelle. Ich sehe echt gar nichts. Wie ist es jetzt? Hurra, danke. Du meine Güte. Geralt Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Peppa. Hallo Soas. Geralt und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Unde eins, unde zwei, unde eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja, macht es dir auch Spaß, Schorsch. Schorsch? Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Wui, alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen. Gut gemacht, Peppa. Dankeschön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. Eins, zwei, drei, vier. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Fasst du sie an, dann platzen sie. Pitsch, patsch, lass sie platzen. Seifenblassen, Juhu. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Fasst du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Fasst du sie an, dann platzen sie. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Lass die Seifenblassen platzen. Juhu. Hurra. Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einem besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja. Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra. Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier. Ach, Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß. Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Dinosaurier. Fantastisch. Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Heizen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra. Perfekt. Und rein damit. Oh je. Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja. Ich finde die Spielsachen immer noch toll. Und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee. Warte auf uns, Peppa. Whee. Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh. Was macht sie denn da? Stillhalten. Uh. Was war denn das? Tada. Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch. Ich bin winzig klein. Whee. Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Peppa und ihre Familie besuchen den Botanischen Garten. Die da ist hoch. Oh. Die riechen herrlich. Oh. Oh. Und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versucht euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück. Auf geht's. Hurra. Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh. Hier geht es nicht weiter. Oh je. Gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist. Guck, Mama. Noch mehr hohe Blumen. Und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo Schorsch. Der Brunnen ist da drüben. Bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra. Na dann los. Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra. Gut gemacht. Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je. Das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge. Ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Ach. Aha. Oh je. Alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht. Auch nicht billig. Ach. Du meine Güte. Wie lange wird es dauern? Es dauert. Solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh. Oh. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Hm. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Oh. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wäre es mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Juhu. Ja. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Oh. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja. Mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra. Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Peppa und Wunzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkulie nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkulie zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha, Lila. Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Klefs T-Shirt. Hast du den Spezialkulie gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkulie befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkulie. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkulie hat? Hm, rot? Nein, grün. Oder doch, rosa? Nein, äh, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkulie muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkulie. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkulie das letzte Mal gesehen? Nenne, mal sehen. Ich habe ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Madame Gazelles Spezialkulie steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihre zwei werden sehr gute Polizistinnen. Saft! Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem. Denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Uh, darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlampfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep! Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh! Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Yum! Das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Uh! Miam, miam, miam! Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Wow! Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mieze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Lucy Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Lucy? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr eis werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle, hopp! Oh! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Pepper aus. Ich bin Pepper Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker! Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern! Pepper und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Orange! Gelb! Grün! Blau! Ich hab' den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Im Urlaub raus! Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt! Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazu gegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh! Oh! Das Ehre können wir wohl nicht essen, Kinder. Oh! Aber es ist ein super Trampoli! Pepper liebt den Pfannkurentag. Jeder liebt den Pfannkurentag. Pepper und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Yeah! Uh! Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama! Ein Jojo! Gut gemacht, Mandy! Pepper, George, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte! Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! George hätte gern den Spielzeug Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich! Yay! Nachdem George den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Wow! Dinosaurier! George's Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher! Das ist nützlich! Dinosaurier! Keine Sorge, George! Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen! Nachdem Pepper ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Pepper hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Dinosaurier! Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran! Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Hurra! Pepper und George drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Oh! Schraubenzieher! Ah, danke, George! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurück tun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für sie. Oh, Ei! Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und George liebt Dinosaurier. Pepper und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier und wir müssen jetzt hier hin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann den roten Zug. Ja, sehr gut, Pepper. Nichts wie los! Zunächst muss Pepper ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Ich stecke fest. Warte kurz, Pepper. Ich befreie dich. Danke, Frau Mümmel. Hier lang, Pepper. Folgt ab. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zuges. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Pepper. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel, das Musik an. Denn ich bin... Superkartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Heute gibt es kein Autogramm. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Miau! Pepper und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund. Du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow! Miau! Gut gemacht, Edmund. Yay! In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Pepper und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Wui! Pepper ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, Schorsch. Wui! Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Ah, gute Idee! Wui! Ja! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist so was wie ein Rätsel. Keinen fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. So und so spielt man Schaffelbord. Mein Puck liegt in der hintersten Zone. Dafür kriege ich einen Punkt. Peppa und ihre Familie lernen heute auf dem Kreuzfahrtschiff, wie man Schaffelbord spielt. So, Opa Wutz kann jetzt entweder meinen Puck wegstoßen oder seinen in das Dreieck schieben, um Punkte zu sammeln. Ich werde es versuchen. Opa Wutz hat den Puck von Oma Wutz in Schorschs Sandburg gestoßen. Das gibt zwei Punkte für mich. Darf ich auch mal? Ja, nimm den Q-Stab und schieb den Puck damit ins Dreieck. Oh, es hat sich fast kaum bewegt. Versuche es doch einmal mit etwas Anlauf. Gute Idee. Peppa nimmt einen Riesenanlauf. Aber der Sand ist sehr rutschig. Dafür kriege ich keine Punkte. Heide Sorge. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht Punkte zu erzielen. Außerdem, beim ersten Mal ist niemand gut darin. Tolle Leistung! Ich muss es einfach nur weiter üben. Peppa probiert viele Sachen aus, um den Puck anzuschieben. Oh, meine Eistüte! Oh, meine Eistüte! Aber nichts scheint zu funktionieren. Immerhin hast du dieses Mal meine Eistüte verfehlt. Oh, nein! Ich bin dran, Peppa. Bitte sehr, Oma. Omas Puck hat Peppas Puck in das Dreieck geschoben. Ich krieg drei Punkte. Hurra! Peppa ist begeistert und will weiter üben. Aber es sind keine Pucks mehr übrig. Oh. Schorsch hat nämlich mit den Pucks eine Sandburg fertig gebaut. Alle spielen liebend gern Shuffleboard. Aber Schorsch baut noch lieber Sandburg. Ziemlich cool, oder, Peppa? Papa! Schorsch braucht neue Schuhe. Nicht du! Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja, klar. Weil Schorsch ist ein Baby. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowlingschuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowlingschuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut. Wie bitte? Schorsch liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clownschuhe. Schorsch liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schuhe. Schuhe. Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel. Sandalen. Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe. Dinosaurier. Das sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe. Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe. Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter. Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früh erschließen. Ich habe einen Schnupfen. Oh. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh. Eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir... Ähm... Was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Hurra. Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay. Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielsack und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das würde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Ähm. Ähm. Pia, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh. Das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Peppa-Spezialmassage. Tschu, tschu. So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist... Eine Maske aus Schlamm. Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Peppa hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben... Große Schlammpfützen. Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Peppa liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Peppa und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Gut, wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Hm, ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Hm, interessant. Und, äh, sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Ah. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten, bitte. Nächster Halt. Der Park. Stopp! Du hast uns vergessen. Komm zurück! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh, dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier gehen nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlampfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlampfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Vier Karten, bitte. Viermal Popcorn, bitte. Vier Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach, komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Äh, Entschuldigung. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Gruselig. Oh je. Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch. Ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch. Wusch. Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh. Glücklich. Wusch. Wusch. Tschuldigung. Jeder liebt es, ins Kilo zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu. Ja. Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh. 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 Hallo Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen sie auch so gern? Ah, Peppa. Eigentlich ist heute meine allererste Flüge. Und ich habe Angst. Ah. Oh. Ich habe eine Idee. Frau Mümmel. Können wir höher fliegen? Also richtig. Richtig hoch. Klar doch. Warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da. Wir sind fast im Weltraum. Oh. Sieh auch. Sieh auch. Au. Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Zu tief. Viel. Zu tief. Hm. Drehen wir doch einfach ein Looping. Ah. Ja. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an. Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut. Fantastisch. Hurra, wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sag dich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer eins ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer zwei ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle. Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich! Tja, ihr habt Glück. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze, fertig, los! Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Penna. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo Oma. Hallo Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist... ...ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Wer ist bereit für einen Abenteuer-Ausflug ans Meer? Hurra! Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Oh je, Miné. Ich habe wohl vergessen, das Auto aufzutanken. Kein Problem. Dann fahren wir mit dem Zug zum Strand. Hurra! Peppa und ihre Familie nehmen einen Zug zum Strand. Oh. Fahrkarten bitte. Wir fahren heute zur Küste. Und Mama hat das Auto nicht aufgetankt. Wie aufregend. Ich liebe es an der Küste. Ich denke, es ist Zeit fürs Mittagessen. Peppa, suchen wir den Speisewagen. Ja! Papa Wutz und Peppa gehen durch die Waggons zum Speisewagen. Es ist sehr wackelig. Oh. Dieser Waggon muss für Passagiere sein, die schlafen wollen. Wir müssen ganz leise sein. Oh. Dieser Waggon muss für Personen sein, die im Zug spielen wollen. Wow. Hallo, Klausi. Hallo, Gerald. Juhu. Hahaha. Hahaha. Juhu. Hahaha. Das hier muss der Kinowagen sein. Entschuldigung. Hahaha. Hahaha. Peppa und Papa Wutz haben den Speisewagen gefunden. Hahaha. Ja. Dieser Waggon muss für Personen sein, die unterwegs essen wollen. Ist das dein Magen, der knurrt, Papa? Der Zug hat leider eine Panne. Oh je, Miné. Dann müssen wir den Bus nehmen. Peppas Familie wartet jetzt auf den Bus, der sie zum Strand bringen soll. Oh. 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 Alle einsteigen. Nächster Halt ist der Strand. Hurra. Oh. Oh. Der Bus hat eine Panne. Oh. Es hat wohl wieder jemand vergessen, aufzutanken. Wie sollen wir es jetzt zum Strand schaffen? Naja, wir gehen zu Fuß. Der Strand ist gleich den Hügel runter. Das war die tollste Reise zum Strand überhaupt. Ich bin schon gespannt, wie wir später wieder nach Hause kommen. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz. So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Peppa liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Wiii! Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Peppa wieder runter. Oh, etwa so? Wiii! Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Peppa ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppas Seite. Verflixt? Woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Alles klar. Peppas Rucksack wird sie schwerer machen. Hoch, 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 hoch. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Hm, ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yeah! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stop! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Wihihi, hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras. Hallo Wolken. Hallo Pepper. Schaukel, schaukel. Heute gehen Pepper und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft. Auf. Pepper darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles ok, Pepper. Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Hm. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Ähm. Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier. Und den Dinosaurier. Wundervoll. Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Pepper? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblings-Sandwich? Marmelade. Pepper, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladen-Sandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Pepper? Ähm. Wir brauchen eine bequeme Picknick-Decke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Pepper. Oh, nein. Beim Marmeladen-Sandwich machen, richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge. Man kann keine Marmeladen-Sandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppers-Sandwiches sind dreieckig. Tada. Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Pepper? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Pepper. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh, nein. Es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh, je. Wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Pepper. Oh. Hm. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja. Pepper hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick. Alle genießen Peppers Picknick. Und Pepper hat es liebend gern vor. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Pepper möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht die besondere Überraschung. Pepper und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Pepper und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Pepper. Lass es dir schmecken. Danke. Oh, muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüse rollen. Und die besondere Überraschung für danach. Pepper und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Mh, ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Scharfe Nudeln hat Pepper nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Pepper und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Pepper liebt chinesisches Take-Away. Jeder liebt chinesisches Take-Away. Mama und Pepper sind heute mit Schorsch zum Arzt gegangen, wo er untersucht werden soll. Hallihallo, ich bin Dr. Pepper Wutz. Hallo, Dr. Pepper Wutz. Ich bin Schwesterfrau Mimmel. Und das ist Dr. Braunbär. Bereit für die Untersuchung, Schorsch? Nein! Schorsch ist heute zum allerersten Mal beim Arzt. Er ist daher etwas nervös. Keine Angst, Schorsch. Der Arzt will nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Ganz genau! Komm mit uns! Vergiss nicht dein kleines rotes Buch! Als erstes müssen Frau Mimmel und Dr. Braunbär messen, wie groß Schorsch ist. Stell dich bitte hier hin, Schorsch! Nein! Schorsch hat etwas Angst vor dem Größenmessgerät. Wie groß bin ich, Frau Mimmel? Wow, du bist schon richtig groß, Pepper! Du wirst schon bald erwachsen sein. Schorsch will wissen, ob er auch richtig groß ist. Wow, du bist ja schon so groß, Schorsch! Jetzt wird Schorschs Gewicht gemessen. Und zwar mit einem besonderen Gerät, das sich Waage nennt. Dieses Gerät wird uns zeigen, wie viel du wiegst, Schorsch. Und man kann darauf auch sogar super hüpfen. Schorsch liebt es zu hüpfen. Und stopp! Und weiter! Jetzt ist es an der Zeit, Schorschs Herzschlag abzuhören. Das macht man mit einem sogenannten Stethoskop. Das könnte sich kalt anfühlen. Das Stethoskop ist sehr kalt. Hier, nimm, Schorsch! Damit kannst du meinen Herzschlag abhören. Schorsch gefällt es, Peppers Herz abzuhören. Du bist sehr tapfer gewesen, Schorsch! Daher kriegst du einen Aufkleber! Und auch einen für Dr. Pepper Wurz. Weil sie uns so sehr geholfen hat. Hurra! Hallo allerseits. Ich bin Pepper, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow! Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Pepper gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Pepper. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst. Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich, 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 ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee! Pepper spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist ihr Kittel. Oh. 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 Wieso brauche ich die Brille, Frau Pepper? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Ah. Dann sehe ich ihre Zähne. Pepper sieht sich mit der Taschenlampe Geralts Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Dankeschön. Gut gemacht, Pepper und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja. Frau Mümel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Miau. Was tun wir als nächstes? Wir putzen. Vergesst nicht, vorne zu putzen. Und an den Seiten. Oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Pepper hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Pepper liebt Sticker. Heute muss jeder in Peppas Spielgruppe eine Präsentation machen. Üb schön weiter, Pepper. Schon bald hast du den Dreh raus. Merci, Lucy. Du gibst einen sehr schönen Sechstern ab. So, jetzt ist Pepper dran. Ich bin der fabelhafte Mysterios. Und ich bin die fabelhafte Pepperos. Und wir präsentieren euch heute Magie. Also ganz tolle Zaubertricks. Yeah. Fabelhafter Mysterios. Reiche mir bitte meinen Zylinder. Ähm, den hast du auf, Pepper. Oh ja. Jetzt werde ich ein Spielzeugkaninchen aus dem Hut ziehen. Das Spielzeugkaninchen sitzt immer noch auf Peppas Kopf. Abracadabra. Sinsalabim. Oh. Papa, wo ist denn das Spielzeugkaninchen? Oh, da ist es ja. Tada! Jetzt ist es Zeit für meinen nächsten Trick. Hätten Sie gerne ein paar Blumen, Madame Gazelle? Na klar, sehr gerne, Pepper. Für ihren nächsten Trick zaubert Pepper Blumen herbei. Abracadabra. Simsalabim. Abracadabra. Simsalabim. Das kitzelt richtig. Versuch doch als nächstes den Zauberring-Trick, Pepper. Äh, ich meine fabelhafte Pepper-Us. Gute Idee, Papa. Ähm, ich meine fabelhafter Mysterios. Pepper wird die zwei Ringe durch Magie miteinander verketten. Abracadabra. Simsalabim. Es ist schwer, die Ringe durch Magie miteinander zu verketten. Und führt zu Chaos. Ich glaube, ich bin keine gute Zauberin, Papa. Doch, bist du. Du bist die fabelhafte Pepper-Us. Du schaffst das schon, Pepper. Okay, Papa. Abracadabra. Simsalabim. Wow. Wow. Was für eine wunderbare Zauber-Show. Gut gemacht, Pepper. Du bist eine richtige Zauberin. Danke sehr. Und für unseren letzten Trick lösen wir uns in Luft auf. Bis dann. Pepper liebt Zaubertricks. Jeder liebt Zaubertricks. Pepper hat heute Lucy Locke und Emily Elefant zu einem Spielenachmittag bei sich zu Hause eingeladen. Schorsch hat seinerseits Edmund Elefant und Linus Löffel zum Spielen zu sich eingeladen. Wir hätten wohl nicht alle diese Kinder am selben Tag einladen sollen. Kuckuck. Wir sind's nur. Oh. Wir kommen später wieder. Lasst uns mit den Bauklötzchen ein Schloss bauen. Pepper und ihre Freunde haben beschlossen, mit bunten Bauklötzen zu spielen. Aber Schorsch und seine Freunde haben beschlossen, ein Spiel zu spielen, das mehr Lärm macht. Oh nein. Ein Dinosaurier. Lauf. Schorsch spielt liebend gern Dinosaurier. Nicht zu schnell, Schorsch. Hab's gleich. Moment. So. Hurra. Aber Schorsch ist nicht besonders vorsichtig. Geht's dir gut, Pepper? Ja, mir geht's gut. Oh, die Buh. Oh je. Schorsch tut es sehr leid, dass er Peppers Schloss umgehauen hat. Ist in Ordnung. Es war doch nur ein Unfall. Würde es euch nicht Spaß machen, alle zusammen zu spielen? Ja. Ich weiß, was wir spielen können. Alle helfen Pepper bei den Vorbereitungen für das Spiel. Puh. Oh. Und Schorsch teilt allen ihre Kostüme aus. Jetzt sind alle bereit. Das Spiel kann losgehen. Du meine Güte. Wie? Sind hier irgendwo tapfere Ritter? Brauchen Sie etwa Hilfe, Frau Königin? Keine Sorge. Wir halten Sie auf. Mit Magie. Der Spielenachmittag bei Peppa und Schorsch macht allen großen Spaß. Kommen wir morgen wieder. Und alle lieben es, zusammenzuspielen. Peppa, weißt du jetzt, was du dem Wohltätigkeitsladen geben willst? Ja, all diese Sachen. Peppa gibt heute ein Paar ihrer Spielsachen und Klamotten an einen Wohltätigkeitsladen ab. Das nennt man etwas Spenden. Ab geht die Post. Wohltätigkeitsläden verkaufen gespendete Sachen. Und mit dem Geld wird Menschen geholfen. Toll! Hilfst du mir, sie zu verkaufen? Ja, bitte. Ich helfe, indem ich einkaufe. Peppa kann es kaum erwarten, dass jemand ihre alten Sachen kauft. Aber es kauft sie keiner. Niemand will die ganzen Sachen kaufen, die ich vorhin gespendet habe, Frau Mümmel. Keine Sorge. Wir müssen den Menschen nur zeigen, dass sie zum Verkauf stehen. Zum Beispiel so. Mögen Sie Spielzeughasen, Officer Panda? Ja. Möchten Sie diesen hier kaufen? Na klar. Danke. Versuch du es mal, Peppa. Möchtest du vielleicht diesen Pullover kaufen, Luzi? Er ist sehr warm und sehr wollig und sehr bequem. Mö, ja, bitte. Ich liebe Wolle. Bonjour, Frau Mümmel. Ich brauche ein Geschenk für jemanden, der sportbegeistert ist. Ich habe es. Fangen Sie. Der ist perfekt. Danke schön. Als nächstes will Peppa ihren Spielzeugbus verkaufen. Aber es ist niemand mehr da, um ihn zu kaufen. Es sind keine Leute mehr im Laden, Frau Mümmel. Außer Mama. Stellen wir ihn ins Schaufenster, damit man ihn von draußen gut sehen kann. Ja. Hallihallo. Hier ist ein Spielzeugbus. Möchtet ihr ihn kaufen? Die Menschen auf der Straße können Peppa nicht hören. Dieser große, echte Bus sieht genauso aus wie Peppas kleiner Spielzeugbus. Wir haben denselben Bus. Vielleicht kauft ihn morgen jemand, Peppa. Oh, ja. Entschuldigung, ist dieser Spielzeugbus verkäuflich? Oh, ja. Das ist er. Möchten Sie ihn vielleicht auch kaufen? Ich möchte ihn unbedingt kaufen. Ich liebe alle Busse. Kleine wie große. Hurra. Peppa findet den Laden super. Alle finden den Wohltätigkeitsladen super.